Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tagen gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 44.200 US-Dollar. Wir halten uns wirklich relativ stabil hier oben. Ich habe ja gestern noch einen Short-Trade aufgemacht. Der ist mittlerweile im Stop-Loss gehittet worden. Heißt, Trade ist wieder zu. Aber wir haben trotzdem gestern ordentlich Profite genommen. Also für jeden, der den Trade mitgenommen hat, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten bevor es losgeht, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir starten sofort durch. Wie gesagt, momentan war ungefähr 44.200 US-Dollar. Wir halten uns hier oben relativ stabil in dieser Widerstandszone. Also wir haben hier eine Menge Supply-Zone. Man sieht es auch hier, wir sind in diese übergeordnete Widerstandszone reingekommen, die sich hier überlappt. Momentan sieht es noch relativ gut aus. Wir haben drei dicke Volumenkerzen, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart. Was ja für mich relativ entscheidend ist, was ich hier schon in den letzten Videos immer wieder angedeutet habe. Das Volumen muss gleich bleiben. Klar, jetzt haben wir wieder ein bisschen weniger Volumen reinbekommen. Aber gut, wir konsolidieren jetzt hier ein bisschen. Man sieht hier am Rand, die Bitcoin-Dominance nimmt wieder etwas ab. Die Altcoins ziehen jetzt langsam mit. Gestern waren die Altcoins ja relativ mit wenig Bewegung eigentlich. Also wir haben relativ wenig Bewegung ziehen. Bitcoin ausgebrochen auch aus unserem Inverse Head & Shoulders. Preisziel mittlerweile fast erreicht. Oder ich glaube, wir haben es sogar erreicht. Und die Altcoins wenig beeindruckt. Aber momentan, wir gehen jetzt gleich nochmal näher drauf ein, kommen die jetzt auch langsam mal hier in Fahrt. Auf jeden Fall, was ist jetzt in den nächsten Stunden interessant? Also, was ich mir vorstellen kann, ist immer noch hier ein kleiner Rücksetzer. Also Rücksetzer in Anführungszeichen in Richtung 41.000 US-Dollar. Einfach deswegen, wir haben hier das Golden Pocket noch. Was wir nochmal bestätigen könnten, wir haben eine 1-Stunde, eine 2-Stunden-Dominance-Zone. Plus den Monats-Pivot hier unten auch noch. Also es wäre hier wirklich eine Möglichkeit, auf jeden Fall eine Long-Position zu eröffnen. Es wäre dann auch fast noch gleichzeitig nochmal so ein Retest unseres Inverse Head & Shoulders. Also das kann man auf jeden Fall dann durchgehen lassen, wenn wir dann hier einen Bounce sehen. Und dann mit neuem Anlauf vor allem, diese dicke Widerstandszone hier drüber noch zu knacken. Also die wird richtig entscheidend sein. Wir würden natürlich hier auch gleichzeitig noch ein höheres Tief bilden. Auch nochmal sehr interessant. Ansonsten brauchen wir hier wirklich, sage ich mal, einen neutraleren, mittleren RSI, um diese Zone hier oben zu durchbrechen. Wir können mal ganz kurz auf den Daily Ausblick halten, wie es da ausschaut. Also vom RSI auf den Daily haben wir auf jeden Fall noch Luft. Was mir hier nicht so gefällt, wir haben halt, wie gesagt, diese dicken Widerstandszonen hier oben. Da müssen wir auf jeden Fall mit einer dicken Volumenkerzel die Widerstände zumindest rausnehmen. Beziehungsweise was dann hier die Möglichkeit wäre, zumindest bis ganz nach oben zu gehen, bis in den Bereich von 48.500 bis 49.000 US-Dollar, um diese Widerstände rauszunehmen. Kurze Korrektur, um das W-Pattern, welches wir ja auf dem Daily Chart bilden, zu bestätigen. Rücksetzer und dann mit Schwung in die entscheidende Bullenmarktzone, meines Erachtens zu kommen, in den Bereich von 56.000, 57.000 US-Dollar. Da wird sich dann, denke ich mal, alles entscheiden, weil ziehen wir uns das FIP-Level, sage ich mal, von hier oben, von unserem All-Time-High. Bis zum Korrektur haben wir unser Golden Pocket im Bereich der 56.000, 57.000 US-Dollar. Und hier wird es sich dann natürlich entscheiden, ob der Bullenmarkt fortgesetzt wird. Denn wir hätten dann einen sogenannten Dead-Cat-Bounce, wenn wir am Golden Pocket rejected werden und dann eine Trendwende hinlegen, wäre das nicht so gut. Aber momentan ist es dafür wirklich noch zu früh auf dem Daily. Wie gesagt, haben wir erstmal unseren schönen doppelten Boden. Wir haben unser Inverse Head & Shoulders, was jetzt ausgebrochen ist, wo das Preisziel mittlerweile sollte erreicht worden sein. Dein Volumen hat wieder ein bisschen zugenommen. Also man sieht es hier, die letzte Volumen-Candle hier auf dem Daily war vergleichbar hier mit dem 24. Januar. Danach kam erstmal wieder im November so eine Candle. Also das heißt, es kommt langsam wieder Volumen in den Markt. Wir haben es ja auch gesehen, die Bitcoin-Adressen mit über 1.000 Bitcoin haben enorm zugenommen. Also es wird auf jeden Fall viel Spot gekauft. Die Funding-Fees sind noch relativ neutral. Also da müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen, dass jetzt ein riesiger Rücksetzer kommt, wieder von 30%. Wie gesagt, momentan sieht es erstmal noch gut aus. Ist klar, auf den kleineren Timeframes ist der Ares ein bisschen überhitzt. Vor allem auf dem 1-Stunden-Chart können wir uns das mal ganz kurz angucken. Sieht man zwar jetzt vielleicht nicht so toll, aber so diese Bearish Divergence ist weiterhin im Play. Aber mir ist das momentan ein bisschen zu riskant, jetzt nochmal einen Short-Trade aufzumachen. Einfach, wir haben jetzt einen gemacht, der war profitabel. Man muss jetzt sich das Glück, sag ich mal, ausgrenzen. Für mich wird dann eher hier unten eine Long-Position interessant werden. Gut, gehen wir wieder in den 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns ein paar Altcoins an, vor allem Ethereum. Weil Ethereum bin ich auch noch ein bisschen enttäuscht, weil wir hier relativ wenig Bewegung sehen. Also, ich habe ja gerade schon am Anfang des Videos gesagt, Bitcoin performt gerade ein bisschen aus. Jetzt sind ein bisschen die Altcoins an der Reihe. Aber Ethereum hatte hier auch ein wunderschönes Inverse Head & Shoulder. Sogar, weil wir hier in unser Golden Pocket noch reingekommen sind. Aber jetzt tun wir gerade hier ein bisschen, ja, ein bisschen schwächeln, sag ich mal. Uns fehlt hier ein bisschen Power. Wir haben die Neckline hier bestätigt, gestern schon den ganzen Tag. Aber uns fehlt so richtig dieser Up-Move mit vielleicht auch so einer Volumen-Candle, um einfach nach oben hin auszubreuchen, damit wir sagen können, okay, jetzt ist auch Ethereum Zeit. Und es geht hier vor allem darum noch, dass wir hier auch mal auch den doppelten Boden zu Ende bilden. Das heißt, Preisziel von diesem Inverse würde auch hier bei ungefähr 3.300 liegen. Das wäre dann genau die Neckline und das übergeordneten W-Patterns. Plus wir haben auch bei Ethereum, das müssen wir auch mal noch im Hinterkopf behalten, immer noch kein höheres Hoch gebildet. Man sieht es ja hier drüben, wir hatten hier unser Hoch bei 3.280 US-Dollar. Haben nicht mal geschafft, dieses Hoch hier drüben rauszunehmen. Also das wird entscheidend sein, dass wir hier wenigstens rüberkommen. Ein höheres Hoch bilden, höheres Tief hätten wir jetzt hier schon mal auf jeden Fall. Das geht aber, finde ich, noch nicht so wirklich durch, solange wir kein höheres Hoch gebildet haben. Ansonsten wird es hier interessant, ob wir genug Schwung jetzt mal hier reinkriegen. Außer Bitcoin geht es in Richtung 41K. Dann wird natürlich Ethereum auch erstmal einen Rücksetzer einleiten. Interessante Zonen könnten dann hier vor Ort, vor allem dieser Bereich hier, um die 2.600, 2.700 US-Dollar sein. Fraglich, ob dieser Monats-Pivot hält, der liegt bei 2.800 US-Dollar. Wären so, ich sag mal, 4, 5 Prozent auf jeden Fall, wo es nochmal nach unten gehen könnte. Aber erster Support ist auf jeden Fall der Monats-Pivot plus der 200er. SMA, ihr kennt es, sind dicke Supports, sondern die werden gut und gerne angetestet, bevor wir dann in Richtung R1, also ersten Monatswiderstand, gehen in Richtung 3.300 US-Dollar. Gut, fangen wir an mit den Altcoins. Schauen wir uns vor allem jetzt mal Luna an. Bei Luna haben wir ja gestern gesprochen, es wird mal Zeit für eine kleine Korrektur. Und ich habe euch gleich dazu gesagt, shortet das Ding nicht. Also momentan, Luna zu shorten ist lebensmüde, würde ich auf jeden Fall nicht eingehen. Ich erwarte hier immer noch, dass wir zumindest mal diesen Abtrend, den wir jetzt schon gestern eigentlich gesagt haben, wäre mal möglich, dass wir den mal antesten, wirklich mal antesten hier nach unten. Und dann die Reise in Richtung Monats-R1 hier. Also wir haben hier bald ein neues All-Time-High, wenn das so weitergeht. Aber Monats-R1 ist auf jeden Fall übergeordnetes Ziel für diesen Monat, 108 US-Dollar. Trotzdem wäre es einfach nur gesund, wenn wir einfach mal zumindest so einen kleinen Rücksetzer, und es wäre jetzt nicht mal bearish, also ich meine mit einem Rücksetzer einfach, okay, wir testen hier nochmal den Trend an, schauen, ob der intakt ist und gehen dann hier weiter nach oben bis zum Monats-R1. Und da würde ich dann persönlich vielleicht auch mal überlegen, je nachdem wie die Situation ist, einen Short aufzumachen. Ansonsten, ihr seht es auch hier, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons befinden sich auch hier direkt am Abtrend. Also auch hier gute Möglichkeit vielleicht für einen neuen Long-Anstieg. RSI absolut überverkauft, also wir sind auch hier in der Bearish Divergence. Volumen ist aber immer noch relativ hoch. Also wir sehen jetzt hier nicht so einen Kurseinbruch, wenn wir jetzt hier einmal so einen Volumen-Candle hätten und danach geht es so nach unten weiter, dann, okay, dann würde ich sagen, die Bewegung ist schwach. Aber von Schwäche sieht es hier momentan nicht aus. Also klar, wir haben abfallendes Volumen, es kann nicht immer nur mit dem Volumen auch nach oben gehen, aber es sieht immer noch relativ gesund aus. Das heißt, ein Retest hier unten mit den 4 Stunden E-Mail-Ribbons ist auf jeden Fall wahrscheinlich, um den Trend dann nach oben hin fortzusetzen, vielleicht dann eine Triple Bearish Divergence zu bilden, also die Bearish Divergence immer weiter aufzubauen, bis wir dann nachhaltig wirklich eine Korrektur sehen würden, wenn wir vielleicht hier unser Ziel erreicht haben. Ansonsten nicht Shorten, eher nach Long-Einstiegen suchen, aber Shorten würde ich Luna momentan eher nicht. Man sieht es hier einfach, da wird jeder Short, wir sind jetzt gerade wieder in so einer Phase, die hatten wir schon mal bei Luna, jeder Short wird einfach aufgefressen von den Longs. Gut, dann schauen wir uns noch FTM an, wo haben wir es denn? Hier, FTM, schönes Inverse Head & Shoulders gebildet, Retest der Neckline haben wir erlebt, plus der 4 Stunden E-Mail-Ribbons, also gutes Zeichen. Jetzt haben wir den 200er SMA plus 200er EMA vor der Nase, die müssen wir auf jeden Fall durchbrechen, wir wurden jetzt schon rejected, normalerweise guter Short-Einstieg, auch weil wir eine kleine Bearish Divergence haben, Volumen relativ abfallend, also hier jetzt eine Long aufzumachen, relativ riskant, man hätte den Retest longen können, aber momentan eher so Short-Seite und dann wäre das Preisziel, sollte jetzt FTM doch noch durchstarten und wir sehen jetzt hier keine kleinere Korrektur, wäre das Preisziel bei ungefähr 207 bis ungefähr 2,14 Dollar, also hier in der Range auf jeden Fall eure Stop Losses, beziehungsweise eure Tape Profits spätestens legen, immer wieder Profite auf dem Weg nach unten nehmen. Sollten wir eine kleine Korrektur sehen, wird es natürlich interessant, eher mal in die kleineren Timeframes reinzugucken, dann wird so dieser Bereich zwischen 1,72 Dollar auf jeden Fall interessant, 2 Stunden demand, 3 Stunden demand, also hier mal bitte im Auge behalten, ansonsten gehen wir nochmal tiefer 1,60 Dollar, sehe ich aber momentan ehrlich gesagt nicht, ehrlich wirklich mal diese Zone hier um 1,75 Dollar im Auge halten. Gut, schauen wir uns doch Cardano an, Cardano wenig Bewegung, weiterhin Konsolidierung um die 1-Dollar-Marke, wir schaffen es nicht über den Monats-Pivot, wurden jetzt rejected, also die Phase können wir jetzt erstmal vergessen, beziehungsweise wir können es erstmal weiter nach hinten schieben, so möchte ich mir das auf jeden Fall vorstellen bei Cardano, ansonsten weiterhin Seitwärtsphase. Gut, dann, was können wir uns doch zum Schluss angucken, XRP haben wir uns lange nicht mal angeguckt, XRP momentan, das machen wir auch mal weg, das FIP ist eigentlich egal, XRP hält sich ganz gut über den Monats-Pivot, plus 200er SMA, Errors 1 nimmt langsam ein bisschen ab, aber ansonsten Rücksetzer, 0,72 Dollar, würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, hier vielleicht eine kleine Long-Position zu eröffnen, momentan gilt jetzt erstmal Monats-Pivot, plus 200er SMA im Blick zu behalten, bevor es hier weiter nach oben gehen kann, bricht dieser Support, gehen wir wahrscheinlich eher in Richtung 0,72 Dollar und hier dann die ersten Longs Ausschau behalten. Gut, kommen wir kurz zu den News, Minecraft integriert Web 3.0, wer kennt es nicht, Minecraft, ich bin selber Fan davon, Web 3.0, auch so ein Halbthema, wen der Artikel interessiert, ich werde ihn euch später noch in Telegram-Gruppe posten, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen guten Morgen, einen schönen startenden Tag auf jeden Fall, abonniert den Kanal, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wir hören uns dann spätestens morgen wieder, ansonsten kommt in die Telegram-Gruppe, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, und wie immer, Stay Crypto!